Heute Nacht ist es soweit. In den USA findet die historische Wahl statt zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Es ist die Wahl der US-Bürger für Frieden oder Krieg, für Zensur oder Freiheit. Wer aktuell die Nase tatsächlich vorne hat, wen die Wett- und Finanzmärkte als Sieger sehen, warum die Demokraten immer verzweifelter sind und jetzt halb Hollywood auf die Bühne gezogen haben und natürlich, was meine persönliche Prognose ist zum Wahlausgang und natürlich die Auswirkungen, das alles heute erfährst du in einem neuen Video Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Es ist nicht übertrieben, wenn man von einer Jahrhundertwahl spricht, denn dieses Mal wird tatsächlich das Schicksal der Welt entschieden, weil die USA ist eben noch der Hegemon und der US-Dollar ist noch die Weltreservewährung. Und mit dem Blick auf die US-Bahn muss man eines definitiv anerkennen, die Amerikaner wissen, wie Entertainment funktioniert. Also hol dir ein Popcorn raus, hol dir eine Flasche Bier oder Coke und schau dir dieses Video an. Denn auf der einen Seite haben wir die Avengers mit Donald Trump, G.D. Wentz, Elon Musk, Tulsi Gabbard, Robert F. Kennedy, Tucker Carlson und ganz frisch natürlich der Host des größten Podcasts der Welt, Joe Rogan. Ich meine, was für ein Team. Und auf der anderen Seite haben wir Kamala Harris, Tim Walz und eigentlich halb Hollywood sowie die Sternchen- und Musikstars aus den USA. Oder anders gesagt die Gästeliste der Puff-Diddy-Partys. Übrigens dazu habe ich ein sehr schönes Video gemacht, unbedingt sehenswert, um zu sehen, was Epstein, Diddy und auch Weinstein gemeinsam haben und wer tatsächlich Hollywood oder auch die Musikbranche regiert. Aber wir sehen auch, wie verzweifelt vielleicht die Demokraten sind, denn sie haben wirklich versucht, jeden auf die Bühne zu karren, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Nicht immer sah es wirklich freiwillig aus, was dann diese Sternchen und Stars von sich gegeben haben, um Kamala Harris sozusagen noch ins weiße Haus zu hieven. Fragwürdig war natürlich die Aussage der TV-Talkshow-Legende Oprah Winfrey oder Opfer Winfrey, wie man sie auch nennen möchte, die gesagt hat, wenn Donald Trump gewinnt, dann werden die Frauen ihr Recht verlieren zu wählen. Ich meine, what the fuck, das ist eine klarte Lüge. Also wir sehen, mit was für harten Bandagen dieser Wahlkampf verbittert geführt wird. Oder hier die Rapperin Cardi B, die noch nicht mal weiß, was sie eigentlich ohne Teleprompter sagen sollte, genauso wie natürlich Kamala Harris. One second guys, one second. Und während Trump jeden Tag Wahlkampfveranstaltungen mit tausenden von Menschen abhält, schafft es Konkurrentin Kamala Harris manchmal nicht einmal, die Hallen einer Highschool zu füllen. Aber gut, das kennen wir ja schon von der Wahl 2020, als Joe Biden mit seinem Wahlkampf aus dem Keller die Wahl völlig überraschend gewonnen hatte. Und zwar mit den meisten Stimmen, die jemals abgegeben wurden. Und wie wir ja wissen, natürlich mit massiver Hilfe der Medien, so wie jetzt natürlich auch die Medien versuchen, Kamala Harris ins Weiße Haus zu bringen. Und wie wir jetzt auch wissen, im Nachhinein mit Lügen, wie zum Beispiel dem Russland-Hoax oder der massiven Unterdrückung der Hunter-Biden-Laptop-Story. Ja, 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 das ist alles herausgekommen. Oder natürlich auch die Zensur von Facebook, Twitter und Co. bezüglich Corona, den Impfungen und so weiter. Man war natürlich ganz klar auf der Seite von Joe Biden und hat wahrscheinlich damit auch Joe Biden ins Amt gebracht. Aber wir wissen ja, damals beim Wahlkampf herrschte noch der tödliche Coronavirus. Und die Wahlkampfveranstaltungen bei Biden sahen in etwa so aus, wie der Bibellesekreis einer christlichen Gemeinde in Pennsylvania. Jeder sah schön brav mit Abstand und fünf Masken im kleinen Kreis und hat damals schon den alten Joe Biden beklatscht, der dann später tatsächlich überraschenderweise die Wahl für sich entscheiden konnte, ob das mit rechten Dingen zu ging. Das mag zu bezweifeln sein. Aber gut, vielleicht wird es dieses Mal ja anders oder eben auch nicht. Und was ist alles in diesem Wahlkampf schon passiert, kann man sich gar nicht ausdenken. Erstens natürlich die Befürworter auf beiden Seiten, spektakulär, einmalig, aber auch die Attentate auf Donald Trump. Eins ausgeführt, das andere noch verhindert. Und ich bin mir sicher, nach wie vor, und dazu habe ich auch einige Videos gemacht, die findest du hier oben, wäre statt Trump Biden oder Harris auf der Bühne gewesen und hätten einen Attentat überlebt, so hätten wir wahrscheinlich jeden Tag 30 Brennpunkte in der ARD gesehen und die ganzen Magazine von Stern oder Spiegel wären vollgeklassert gewesen mit heroischen Bildern von Harris oder Biden. Aber es war ja nur der meistgehastete und proletenhafte Donald Trump, der vor allem von deutschen Medien wie dem Stern gerne mal mit Hitler verglichen wird. Ja, völlig legitim natürlich, klar. Aber auch andere deutsche Qualitätsmedien, ja, sorry, da muss ich immer automatisch lachen, wie Spiegel, Stern und so weiter, haben natürlich über Jahre hinweg Donald Trump immer als das persofinizierte Böse auserkoren, den es mit aller Gewalt zu verhindern gilt. Und nochmals, eins möchte ich absolut deutlich klarstellen, falls Harris tatsächlich verlieren sollte, dann liegt es nicht an der deutschen Presse- und Medienlandschaft, weil die haben wirklich alles gegeben in den letzten Monaten, um Harris ins Weiße Haus zu bringen. Also wirklich, so eine Berichterstattung, traumhaft. Kann man gar nicht kaufen. Kann man nicht kaufen. Und deswegen hat man ja auch immer gegen Trump und seine Mitstreiter geschossen, wie zum Beispiel gegen den Trump-Unterstützer Elon Musk, der sogar als Staatsfeind Nr. 2 bezeichnet wurde. Und auch die Menschen in den USA stehen den deutschen Medien natürlich nichts nach. Vor wenigen Tagen erst wurde im Sende MSNBC eine Trump-Wahlkampfveranstaltung mit einer Hitler-Parade verglichen. Kein Spaß, schaut es euch selbst an. Es ist absurd, wie man versucht, die Menschen zu manipulieren und vor allem zu spalten. Und deswegen nur mal bei meinen Appellern alle, lasst euch nicht spalten. Weil unabhängig davon, wer gewählt wird, egal ob in Deutschland oder auch in den USA, Geld kriegt ja die Welt. Und meine Wahl, wisst ihr, ist immer Bitcoin. Mir geht es eher darum, wer steht mehr für Frieden ein, wer steht mehr für Freiheit ein. Und da werde ich euch die Antwort natürlich nachher gleich geben. Und deswegen ist es auch wenig verwunderlich, dass 84% der Mainstream-Medien und Sender positiv über Harris und Demokraten berichten und 89% natürlich negativ über Trump und die Republikaner berichten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie objektiv ist der Journalismus noch? Ist es wirklich noch die vierte Säule der Gewaltenteilung oder reden wir jetzt eher von dem Sprachrohr, den Klackören der Regierungen? Und da ist auch wenig verwunderlich, dass vor einigen Tagen eine Studie herauskam, die berichtet hat, dass 41% der Journalisten in Deutschland Grünwähler sind. Ich glaube, 18% waren dann SPD, also über 50% schon mal Kommunisten. Ja, und FDP war unter Ferner liefen, so wie auch bei allen Umfragewerten momentan. Und das haben sie sich auch wirklich verdient. Egal, ob es jetzt die Ampel zum Platzen bringen oder nicht. Fakt ist, so viel also zum neutralen und objektiven Journalismus. Es geht nur noch um Gesinnung, um Meinungsmache. Es ist der Albtraum, den wir eigentlich momentan sehen, zu George Orwells 1984. Aber es scheint so, als ob all die Schmierenkampagnen, all die Sternchen und Stars aus Hollywood und der Musikindustrie und der einseitigen Berichterstattung trotzdem nicht mehr fruchten, trotzdem nicht mehr irgendwie bei den Menschen sich im Kopf verfangen. Denn die meisten Menschen haben die Lügen wohl langsam durchschaut und erkennen, wer die Wahrheit spricht und wer eben nur eine Marionette ist. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten eine Aneinanderreihung an Lügen gesehen von oberster Stelle. Egal, ob es um die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak ging, die einen schrecklichen Krieg ausgelöst haben oder natürlich die sicherste Corona-Impfung aller Zeiten. Es war eigentlich immer, wurden wir von oben angelogen. Wer wirklich denkt, dass die dann auf einmal die Wahrheit sprechen oder zu einer Besserung führen, der ist meiner Ansicht nach naiv. Genauso wie jetzt alle auf einmal warnen, falls Trump gewinnt. Das wäre schrecklich für die Wirtschaft, für die Welt, für den Frieden. Und wenn man zurückschaut in der Geschichte, in der ersten Amtszeit von Donald Trump, da gab es keinen Krieg, keinen Weltuntergang. Ganz im Gegenteil, es gab Annäherung an Nordkorea. Die Wirtschaft hat prosperiert und wir hatten eigentlich eine sehr gute Zeit, wie ich finde. Also erst mit der Biden-Administration hatten wir auf einmal noch mehr kriegerische Auseinandersetzungen. Wir dürfen auch nicht vergessen, den Ukraine-Krieg. Ja, das haben auch die Amis mit initiiert. Was ist mit Nord Stream? Da haben die bestimmt auch die Finger drin. Alles natürlich nur Verschwörungstheorien. Wo ist mein Aluhut? Aber ihr wisst ja, mit dem Aluhut sieht man einfach besser und klarer. Ich glaube, den werde ich mal zu Weihnachten versteigern für einen guten Zweck. Also können wir uns mal überlegen, oder? Tim sagt auch, ja. Also let's go. Oder wir uns die Medien auch, egal ob in Deutschland oder in den USA, angelogen haben über den Gesundheitszustand von dem altersdementen Biden bis zu seinem Rücktritt vom Wahlkampf. Hat doch jeder gesagt, der ist fit und zu fit war er noch nie und der ist absolut topnotch und so weiter. Und auf einmal, selbst Kamala Harris, ja. Und auf einmal, ja, vielleicht doch nicht zu fit gewesen. Es ist absurd. Schauen wir uns mal gemeinsam die Prognosen an. Seit dem Attentat auf Donald Trump signalisieren vor allem die Wettmärkte, dass Donald Trump gewinnen wird. Und auch die Märkte, also die Finanzmärkte, haben sich in den letzten Wochen klar auf einen Trump-Sieg eingestellt. Und nochmal, Geld regiert die Welt. Und wenn die Wall Street sagt, sie gehen davon aus, dass Trump gewinnt, das sieht man an den Future-Märkten, das sieht man natürlich auch am Dollar und so weiter, dann ist es eigentlich ein klares Zeichen. Vor allem an den Anleihenmärkten hat man diese Neupositionierung klar gesehen. Langlaufende Anleihen haben deutlich mit den Zinsen zugelegt, während Gold und Bitcoin an Stärke gewonnen haben. Und wieso ist das so? Weil der Finanzmarkt damit rechnet, dass ein Sieg von Trump positiv für die Wirtschaft wäre, also stärkeres Wirtschaftswachstum, weniger Steuern, als wenn eben die Harris-Administration gewinnen würde und damit der Deep State. Und ein höheres Wirtschaftswachstum bedeutet in der Regel auch ein wenig mehr Inflation. Und die Risikoprämie, die Investoren in einem Wachstumsfeld verlangen, ist dann natürlich auch typischerweise höher. Ergo, höhere Zinsen auf Staatsanleihen, steigende Kurse in Assets wie Bitcoin und Gold. Und wenn man sich Investorenlegenden wie Paul Tudor Jones anhört, dann scheinen sich diese Investoren genau so zu positionieren. Hören wir mal kurz rein, was einer der besten Hedgefondsmanager der Welt, nämlich Paul Tudor Jones, vor kurzem erst gesagt hat. Falls du auch einen persönlichen Hedgefondsmanager haben möchtest und du jetzt gerade eben nur Bahnhof verstanden hast und dich jetzt fragst, welche Aktien ich in den kommenden Monaten im Portfolio haben muss, beziehungsweise was mache ich jetzt mit meinem Geld, dann habe ich genau das Richtige für dich, nämlich den Friedrich-Report. Im Friedrich-Report stellen wir die besten Aktien vor, zum Beispiel aus dem Rohstoffbereich. Vor kurzem erst haben wir unsere erste Uran-Aktie empfohlen. Und das war bevor Friedrich Merz und die CDU gesagt haben, wir müssen wieder Kernkraftwerke bauen. Aber auch Gold, Silber, Bitcoin, Rohstoffe und vieles mehr wird im Friedrich-Report für dich analysiert. Und wir haben erst vor wenigen Tagen unseren ersten Videokurs gestartet, damit du finanzielle Intelligenz erreichen kannst. Und das Beste ist, das Ganze gibt es für weniger als 1 Euro am Tag und mit einer 100%igen Zufriedenheitsgarantie. Denn wenn dir irgendwas nicht schmeckt oder passt, kannst du jederzeit kündigen. Fairness geht vor und finanzielle Intelligenz ist für jeden erschwinglich. Zurück zum Thema US-Wahl. Wenn du in dein Portfolio geschaut hast, dann wirst du vermutlich gemerkt haben, dass es hier in den letzten Tagen etwas volatiler und ruppiger zugegangen ist. Grund dafür war vor allem, dass der Markt doch etwas kalte Füße bekommen hat, dass eventuell Kamala Harris doch die neue Präsidentin wird. Man hat auf der einen Seite gemerkt, ohne Teleprompter ist sie aufgeschmissen. Sie ist nicht die hellste Birne im Saftladen. Und natürlich, weil man wusste, dann wird es so weitergehen wie bisher. Und zudem natürlich massive Befürworter aus Hollywood und aus der Musikindustrie. Ja, und so lag Harris auf einmal an den Wettmärkten im heiß umkämpften Swing State Pennsylvania vor Trump. Jetzt keine Sorge, Swing State hat nichts mit Swingerclub zu tun, aber es ist schon so ein Wechsel, ein Wechsel zwischen einmal ist Pennsylvania demokratisch, einmal republikanisch. Also Swing States sind heiß umkämpfte Staaten, die einfach die Richtung mal wechseln, ganz nach Laune. Und typische Swing-Staaten sind zum Beispiel Pennsylvania, Wisconsin oder Ohio. Und im Swing State Pennsylvania hatte Trump eigentlich die ganze Zeit die Nase vorn. Doch auf einmal hatte sich das Bild aus irgendwelchen Gründen gedreht. Vielleicht lag es an der unglaublichen Menge an Stars und Sternchen, die sich für Harris ausgesprochen haben. Aber vielleicht war es auch die Angst, dass es wieder zu ein paar Ungereimtheiten während der Wahl kommen könnte. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich sage nur 2000 Bush gegen Gore oder auch 2020 Biden gegen Trump. Es gab nämlich auch jetzt schon im Vorhinein einige Berichte, dass zum Beispiel Ballotboxes, also Wahlurnen, wo man seine Briefwahl einschmeißen konnte, in Flammen aufgegangen sind. Oder eine Frau, die zum allerersten Mal nach 20 Jahren gewählt hat und dann erkennen muss, dass sie schon immer gewählt hat, obwohl sie nie zur Wahl gegangen ist. Oder dass irgendwie Leute auf der Wahlliste standen, die es gar nicht gab. Oder ja, dass jetzt schon die ersten Counties, die ersten Gemeinden gesagt haben, ja, das Auszählen wird Tage, wenn nicht Wochen dauern in unserem Kreis. Also da ist natürlich der Wahlmanipulation Tür und Tor geöffnet. Und natürlich wird man alles machen, um die Wahl in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Aber mittlerweile hat sich das Bild wieder deutlich gedreht. Laut Atlas Intel, dem genauesten Meinungsforschungsinstitut in den USA des Jahres 2020, die die Wahl perfekt prognostiziert hatten, wird Trump sogar jeden Swing State gewinnen. Und das wäre wirklich gigantisch. Auch auf der Wettplattform Polymarket liegt Trump aktuell wieder vorne mit 63 Prozent. Hier war er zeitweise schon bei 68 Prozent und hatte einen 30 Prozent Vorsprung auf Harris. Zwischendurch war das abgeschmolzen auf nur noch 5 bis 10 Prozent. Und auch auf der Handelsplattform Kelsey liegt Trump insgesamt betrachtet gerade vorne. Die Frage, die sich jetzt aber stellt, wird man auf der anderen Seite versuchen, einen Sieg von Trump zu verhindern? Und die klare Antwort ist natürlich, ja klar, natürlich. Weil während der Formel-1-Übertragung wurden zum Beispiel auf dem Fernsehsender ABC schon mal einen Sieg in Pennsylvania von Harris eingeblendet. Hm. Natürlich würde das abgetan als, ja das war nur ein Testlauf und so weiter, aber hey, sorry, nach die Gallikür der Trapsen. Aber im Gegensatz zu 2016 könnte Trump in diesem Jahr sogar den Popular Vote gewinnen. Ja, was ist das? Weil damit muss man sich erst mal mit dem Wahlsystem in den USA befasst haben. Keine Angst, ich erkläre es dir kurz. In den USA gibt es zwei Abstimmungssysteme bei den Präsidentschaftswahlen. Den Popular Vote und das Electoral College. Beim Popular Vote werden alle abgegebenen Wählerstimmen im ganzen Land gezählt. Es zeigt, welcher Kandidat insgesamt mehr Stimmen von den Bürgern erhalten hat. Das Electoral College ist jedoch entscheidend für den Wahlsieg. Die Wähler in jedem Bundesstaat bestimmen Wahlmänner, die dann stellvertretend ihre Stimmen für den Kandidaten mit den meisten Stimmen in ihrem Staat abgeben. Und der Kandidat, der im Electoral College die Mehrheit von 270 der 538 Stimmen erreicht, gewinnt die Wahl, auch wenn er nicht unbedingt die meisten Stimmen im Popular Vote hat. Das heißt, auf der einen Seite könnte eventuell ein Kandidat eigentlich generell mehr Stimmen haben, aber wenn er mehr Wahlmänner hinter sich hat, ist er trotzdem Präsident. Und das Electoral College wurde geschaffen, um einen Ausgleich zwischen den großen und kleinen Bundesstaaten in den USA zu schaffen, so dass nicht nur bevölkerungsreiche Staaten die Präsidentschaftswahl dominieren können. Die Gründerväter der USA wollten sicherstellen, dass auch weniger bevölkerungsreiche Staaten politischen Einfluss haben und die Wahl nicht allein von dicht besiedelten Regionen entschieden wird. Also, summa summarum auf jeden Fall eine kluge Idee. Zusätzlich sollte dieses System noch eine zusätzliche Sicherheitsschicht bieten, falls die Wähler uninformierte Entscheidungen treffen, da die Wahlmänner als eine Art Puffer gedacht waren, die in Krisenfällen eigenständig entscheiden können. Und jetzt muss man wissen, damals, als dieses System ins Leben gerufen wurde, war Washington D.C. eine Stadt, die weit, weit weg war und jemand, der zum Beispiel in den Bergen von Montana gelebt hat, der wusste nur bedingt, für was der Präsidentschaftskandidat eigentlich steht. Hä? Und deswegen hat man gesagt, es wäre doch besser, wenn die Menschen Politiker vor Ort wählen, die sie kennen und die deutlich besser darüber informiert sind, wer da in Washington eigentlich zur Wahl steht. Also ein mehr dezentrales System. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam mal zehn Gründe an, wieso ich glaube, dass Donald Trump die US-Wahl gewinnen wird. Erstens, Inflation. Hört man sich in den USA um, und das mache ich, ich spreche mit vielen Freunden und Bekannten, so ist ein Thema absolut virulent, nämlich das Thema Inflation. Und die Inflation unter beiden ist explodiert, zeitweise sogar auf über 9%. Den Amerikanern geht es einfach schlechter wie vor fünf oder zehn Jahren. Zwar sind die Preise vor allem bei Benzin wieder stark zurückgekommen, aber die Inflation ist immer noch erhöht und das spüren vor allem die unteren Einkommensschichten. Und ganz wichtig zu verstehen ist, nur weil die Inflationsrate von zum Beispiel 4 auf 3% fällt, heißt das nicht, dass die Inflation sinkt, sondern dass der Anstieg weniger stark ist. Das verstehen leider nur ganz wenige Grüße gehen raus an Harry Potter. Zweitens, illegale Masseneinwanderung. Die illegale Einwanderung ist auch in den USA in der Zwischenzeit ein zentrales Thema im US-Wahlkampf. Die Republikaner werfen der demokratischen Biden-Regierung vor, nicht genug für die Sicherung der Südgrenzen zu tun und machen illegale Einwanderung für Probleme wie Kriminalität, wirtschaftliche Belastungen usw. verantwortlich. Und schaut man sich die Zahlen und Fakten an, so kann man es leider nicht schönreden. Die illegale Einwanderung unter Biden hat enorm stark zugenommen, wie dieser Chart von Goldman Sachs zeigt. Und wir alle wissen, Donald Trump hat damals den Grenzzaun zu Mexiko gebaut und er setzt sich auch erneut für den Ausbau der Grenzsicherung ein. Einschleichlich seines Mauerprojektes, aber auch für härtere Einwanderungsgesetze macht er sich stark. Drittens, der Hitler-Vergleich, der zieht nicht mehr. Ich habe es schon am Anfang erwähnt. Die Menschen in den Medien haben sich in den letzten Jahren überboten mit Vergleichen des Teufels zu Trump oder auch Hitler. Auch dass Trump ein Rassist sei, wird von vielen nicht mehr ernst genommen. Sogar die großen Mainstream-Medien in den USA, wie die New York Times, müssen mittlerweile zugeben, dass Trump vor allem bei den Latinos und den Afroamerikanern massiv zulegen konnte. Viertens, die meisten wollen keine Kriege mehr und das ist großartig. Amerikaner haben keinen Bock mehr, Krieg zu spielen oder die Weltpolizei zu sein und Milliarden in andere Länder zu schicken, während die Schulen im eigenen Land zerfallen, die Infrastruktur wegbröselt und die Armut immer mehr um sich greift. Ich meine, geht mal in die Städte, egal ob Seattle, ob Baltimore, ob San Francisco, Los Angeles oder Washington D.C. Es ist teilweise wirklich absurd wie ein drittes Weltland. Zeltstädte, es wird auf die Bordsteine gekackt und so weiter. Es ist wirklich wie Frankfurt. Und auch hier kann Trump mit seinem Kurs punkten. Er hat bereits angekündigt, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Und dafür würde ich ihn allein schon wählen. Ob ihm das gelingt, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Aber auch seine Mitstreiter wie Robert Kennedy oder Tulsi Gabbard stehen klar gegen einen weiteren Surkurs und stehen auf jeden Fall im starken Kontrast zu den Kriegstreibern, die aktuell in Washington sitzen oder natürlich auch teilweise in Berlin oder Brüssel. Und wie gesagt, ich finde Frieden das Allerwichtigste, dass keine Menschen mehr ums Leben kommen in diesem schrecklichen Krieg. Fünftens, Kamala ist nicht wirklich die hellste Birne und ist unbeliebt. Bis vor kurzem zumindest noch war Kamala Harris eine der unbeliebtesten Politikerin in den USA. Selbst in den eigenen Reihen war sie negativ gesehen und war nicht besonderlich beliebt. Und niemand wusste so wirklich, für was sie inhaltlich eigentlich steht. Und trotz der Medienkampagne, die seit ihrer Kandidatur gefahren wurde, teilten immer noch rund 40 Prozent aller Amerikaner Harris als ungünstigste Kandidatin für das Weiße Haus. Ich fand es auch weird, dass sie den Akzent gewechselt hatte, je nach welchem Staat sie war. Oder dass sie sagte, sie wäre schwarz, dabei wissen wir alles, sie ist eigentlich von einer Inderin abstämmig und so weiter. Also warum kokettieren mit irgendwelchen Sachen, die gar nicht stimmen? Erinnert mich irgendwie an Annalena Baerbock. Für mich ein ganz wichtiger Punkt ist Punkt Nummer 6, nämlich Bitcoin. Trump hat sich ganz klar pro Bitcoin positioniert und sogar auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville gesprochen. Er hat sich auch für eine strategische Bitcoin-Reserve stark gemacht. Und apropos Bitcoin, wenn du Bitcoin tragen möchtest als Statement, egal ob als Socken oder hier als Rollkragenpulli, als limitierte Version von Marc Friedrich, 100 Prozent Merino-Wolle und dem Bitcoin-Zeichen, dann schau mal auf meinen Webshop. Ist auch ein ideales Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten, wenn die Bitcoiner sind, unter mark-friedrich.de. Hier unten. Oder hier. Oder beides. Harris dagegen hat das Wort in ihrem kompletten Wahlkampf kein einziges Mal in den Mund genommen. Und ihre aktuelle Administration hat der Krypto-Industrie sehr viele Steine in den Weg gelegt. Man sollte wissen, die Finanzindustrie hat mit der Etablierung, der Implementierung des Bitcoin-Spot-ETFs natürlich sich ganz klar entschieden, dass Bitcoin eine neue Asset-Klasse ist. Denk daran, was vorhin die Investor-Legende Paul Tudor Jones gesagt hat. Er ist Long Bitcoin. Also Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Und wenn du natürlich Fragen hast zu Bitcoin, nicht nur den Pulli haben möchtest, dann empfehle ich dir natürlich meinen siebten Bestseller, Die größte Revolution aller Zeiten. Auch den gibt es natürlich hier signiert bei mir im Webshop. Oder wenn ihr mich unterstützen wollt, kauft es auf Amazon. Dann gibt es euch auch wieder eine Spiegel-Bestseller-Liste. Wichtig zu wissen ist, viele Wähler in den USA sind sogenannte Single-Issue-Voter. Das heißt, ein einziges Thema ist für sie ausschlaggebend und dominierend, wen sie am Ende wählen. Bei Harris zum Beispiel sind es vor allem Abtreibungsbefürworterinnen. Bei Trump sind es unter anderem die Krypto-Jünger und die Bitcoin-Maxis. Vielleicht auch natürlich die Waffenlobbyisten und was weiß ich. Und wir wissen natürlich, es gibt deutlich mehr Besitzer von Bitcoin als noch 2020 oder 2016. Siebtens, Electoral College. Ich habe es bereits erwähnt, Trump liegt momentan in jedem Swing-State vorne. Und am Ende entscheidet, wer die meisten Wahlmänner holt, nicht wer die meisten Stimmen holt. Und hier spricht aktuell, Statusquote heute, Dienstag, der 5. November, was ist es? 12.55 Uhr. Vieles für Trump. Und das muss man einfach anerkennen. Und Trump ist die Personifizierung eines Comebacks. Trump ist ein Kämpfer, ein Stehaufmännchen und das lieben die Amerikaner. Egal ob Attentat, ob im Wirtschaftsbereich oder natürlich auch mit Ehen und Frauen und Affären. Egal wie man gegen ihn geschossen hat, er ist nicht unterzukriegen. Und die Krone war natürlich das Attentat und hier das ikonische Bild, wie er mit blutüberstremtem Gesicht die Faust in den Himmel streckt und sagt, fight, fight, fight. Ich meine, wenn es nicht gestellt war, dann war es auf jeden Fall ein gigantischer Schicksalsschlag, der ihn natürlich zu einer Ikone gemacht hat in vielen Kreisen. Und egal wie man zu Trump steht, auch ich finde nicht immer, dass er kluge Sachen sagt. Und manchmal schämt man sich auch für das, was er da sagt. Aber das war wirklich badass Gangster-Style. Das musste sogar Mark Zuckerberg zugeben. Neuntens, neue Unterstützer. Trump hat bei dieser Wahl Wählerstimmen mobilisieren können, die er 2016 noch nicht hatte. Zum Beispiel die Amish-People. Und wer wähltest du für Donald Trump? Donald Trump. Bist du Amisch? Ja. Und so die Amish werden kommen und wählen dieses Jahr? Some of them, yeah. Und was hat so viele Amish-People gemacht, um dieses Jahr zu wählen zu wählen? Wahrscheinlich nur, dass sie rauskommen und wählen wollen und eine Unterschiede machen. Jetzt muss man wissen, die Amish-People wählen eigentlich nie. Doch offenbar sind auch die Amish-People unzufrieden mit der aktuellen Regierung, so dass sie sich zum ersten Mal auf ihre Kutschen schwingen und wählen gehen. Und das muss schon was heißen. Und auch die Libertären, die 2016 noch gegen Trump waren, sprechen sich auf einmal offen für Trump aus, nachdem auch das Libertäre-Urgestein Ron Paul eine absolute Legende, möglicherweise sogar eine Beraterrolle im neuen Effizienzministerium von Musk erhalten könnte. Die Libertäre-Partei von New Hampshire hat heute bekannt gegeben, dass sie offiziell Trump unterstützen und als Begründung unter anderem genannt, dass Trump Russ Ulbricht befreien möchte, weniger neue Kriege starten würde und den schon erwähnten Ron Paul in die Regierung holen würde. Übrigens, Russ Ulbricht sitzt seit Jahren ungerechtfertigt im Gefängnis und deswegen natürlich free Russ Ulbricht. Ich hoffe, das wird bald tatsächlich Realität, weil wir alle wissen, vor allem aus der Bitcoin-Welt, dass das auf jeden Fall eine grobe Fehlentscheidung war. Auch die positive Einstellung gegenüber Bitcoin wird als offizielle Begründung genannt, warum sich die Partei hinter Trump stellt. Und natürlich auch das Team, das er um sich geschart hat, Befürworter, Unterstützer wie David Sachs, Elon Musk, Tulsi Gabbard, Robert F. Kennedy. Also, wenn allein die alle ihn unterstützen und sogar in der Regierung was zu sagen hat, wäre Wahnsinn. Übrigens, ich hatte vor einigen Tagen ein Video veröffentlicht mit Professor Dr. Richard Werner. Das müsst ihr unbedingt anschauen hier oben. Und kein Spaß, er ist jetzt nominiert, ebenfalls in die Regierung als Berater aufgenommen zu werden, im Bereich natürlich Wirtschaft, Banken und so weiter, was natürlich großartig wäre. Und da könnt ihr natürlich eure Unterstützung auch brauchen. Ihr könnt unten einen Link finden, wo ihr ihn unterstützen könnt, dass er tatsächlich in die Regierung reingewählt wird. Auch aus anderen Lagern wird Trump Zulauf gewinnen dieses Mal. Immerhin sind Robert F. Kennedy Jr. und Tulsi Gabbard eigentlich ehemalige Demokraten, die jetzt das Lager gewechselt haben, aus Überzeugungen und weil sie enttäuscht sind von den Demokraten. Und natürlich werden viele Anhänger dieser beiden Personen ebenfalls dann in Zukunft eher die Republikaner, beziehungsweise dieses Mal Donald Trump wählen. Zehnter und letzter Punkt, der bei dieser Wahl ganz deutlich wurde. Es war vermutlich die letzte Wahl, bei der die traditionellen Medien noch eine Rolle gespielt haben. Ja, Game over. Ist over, würde der Schäuble sagen. Allein der Auftritt von Trump bei Joe Rogan hat auf YouTube 45 Millionen Aufrufe erhalten. Und das, obwohl YouTube und Google die Verbreitung stark eingeschränkt hatte. Mit Spotify und anderen Plattformen dürfte die Folge vermutlich über 100 Millionen Menschen erreicht haben. Kamala Harris, größter Podcast, hat gerade einmal 800.000 Menschen erreicht. Also hier verlässt man sich wohl zu sehr auf die alte, traditionelle Welt und die alten Medien. Und wie gesagt, die Zeit ist vorbei, das erkennt auch ihr. Deswegen seid ihr ja hier heute. Und da möchte ich nochmal Danke sagen. Über 520.000 Abonnenten. Es ist absurd. Aber es ist immer noch ein weiter Weg zu gehen. Wir haben noch nicht mal 1% der Bevölkerung erreicht. Und wenn du mich unterstützen möchtest, freue ich mich natürlich über dein Abo. Aber wenn du den Kanal auch weiterempfiehlst. Weil nur davon leben wir. Weil wir haben keine 9 Milliarden GEZ-Rundfunk-Zwangsgebühren. Sondern wir machen alles aus eigener Kraft. Und wenn du uns unterstützen möchtest, mal ein Hinweis, es gibt eine Kanalmitgliedschaft. Findest du ebenfalls unten. Sage ich jetzt schon mal, muchas gracias oder thank you. Also kommen wir zum Fazit meiner Prognose. Vielleicht hast du es schon im Subtext rausgehört. Aber ich denke, dass auf jeden Fall Harris Praxistentin wird, weil sie einfach so tolle Reden hält, so intelligent ist, so viel Elan und Begeisterung versprüht. Und natürlich auch ihr herzhaftes Lachen ist einfach ansteckend. Und sie ist das Imperium des Guten. Wir haben doch gesehen, Harrison Ford hat doch gesagt, Trump ist böse. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, beziehungsweise gehe schwer davon aus, dass Trump die Wahl gewinnen wird. Falls nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, dann denke ich, dass Trump die Wahl im besten Fall mit mehr als 300 Wahlmännern für sich entscheiden kann. Dafür müsste er allerdings Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina und Nevada gewinnen. Und danach sieht es momentan laut den Umfragen, aber auch den Vorwahlen aus. Es könnte allerdings natürlich deutlich knabber werden, wenn vor allem Pennsylvania an Harris gehen sollte. Und was würde ein Sieg von Trump finanziell bedeuten für dein Geld, für deine Anlagen? Wie kannst du dich darauf vorbereiten? Großer Sieger im Fall eines Trump-Siegs wäre auf jeden Fall meiner Ansicht nach Bitcoin und dann irgendwann auch der Aktienmarkt. Wenn Trump gewinnt, dann denke ich, gehen wir relativ schnell auf neue Allzeithochs von Richtung 80.000 Dollar. Gold dürfte dann eigentlich auch weiter steigen. Allerdings sind wir hier schon echt stark gelaufen und eine Korrektur ist überfällig. Da würde ich jetzt erstmal die Füße stillhalten. Was Aktien angeht, werden mit großer Gewissheit die kleinen amerikanischen Unternehmen profitieren. Wer einen Indexhandel will, den kann ich mal den Russell 2000 empfehlen. Und natürlich dürfte der fossile Energiesektor, der meistgehasste Sektor in der Welt, massiv profitieren. Also wer hier Aktien sucht, der kann sich nochmal den Friedrich-Report anschauen. Da geht es natürlich auch um Öl, Gas, Kohle, aber ebenfalls auch um Uran. Dort haben wir einige Werte vorgestellt. Und ich muss es nochmal sagen, trotz massiven Aufgebots von Hollywoodstars, Sternchen aus der Musikbranche und total einseitiger Presse, führt Trump und liegt aktuell vorne. Das zeigt schon mal die Zeit, in der wir uns befinden. Ein weiterer Grund, warum Trump gewinnen sollte, ist natürlich weniger Zensur, mehr Freiheit und Frieden. Die Demokraten möchten zum Beispiel eine Art Wahrheitsministerium etablieren, installieren, um Fake News auszusortieren, so wie bei der Wahl 2020, wo sie entschieden haben, was ist wahr und was ist unwahr. Da wurden einfach Meinungen, missliebige Meinungen gelöscht. Die Republikaner auf der anderen Seite wollen ein Effizienzministerium mit Elon Musk. Sie wollen wie Javier Millet in Argentinien viele Bürokraten aus dem Tipstead rausschmeißen. Großartig, das bräuchten wir in Deutschland übrigens auch mal. Und der wichtigste Grund, warum Trump gewinnen sollte, neben Frieden und Freiheit und freie Meinungsäußerung und nicht eben Zensur und Krieg, ist natürlich erstens, Luisa Neubauer war in den USA, in Pennsylvania, ist von Tür zu Tür und versuchte, die Menschen zu überzeugen, Harris zu wählen. Das zeigt wieder mal diese unglaubliche Hybris, diesen Größenwahn, diese Arroganz und vor allem die Heuchelei, weil ich glaube kaum, dass sie rübergeschwommen ist, sondern geflogen und damit so viel zur CO2-Debatte. Und der Mega-Grund oder der Mager-Grund, warum Trump gewinnen sollte, ist natürlich der hier. Nämlich diese Person hat gesagt, dass ein Sieg von Trump das Ende der World Order wäre. Am Ende muss man einfach sagen, dass Trump allein wegen dem Entertainment-Effekt, als auch wegen seiner Dance-Moves, den Sieg verdient hätte. Ganz noch hat er sogar einen Golfschlag mit eingebaut. Also ich finde es hilarious und sind doch mal ehrlich, Trump ist einfach funny und seine Amtszeit wäre wahrscheinlich nicht die schlechteste und würde garantiert nicht langweilig werden. Und wenn man sich anschaut, wen er jetzt im Team hat, dann kann man sich einfach nur wünschen, dass Trump die Wahl gewinnt. Also es könnte tatsächlich das Land auf eine neue Spur bringen. Es ist eine Hoffnung und wir wissen, die Hoffnung stimmt meistens zuletzt, aber genau sowas bräuchten wir eigentlich auch in Deutschland. Wir bräuchten eigentlich mal eine Reform, eine Aufbruchsstimmung. Und wenn er gewinnen würde, dann würden wir sie auch wieder sehen. Und ganz ehrlich, das wäre doch wunderschön. In diesem Sinne bin ich jetzt wirklich gespannt auf dein Feedback zu meiner Wahlanalyse. Glaubst du, dass Trump gewinnt oder Harris gewinnt? Lass es mich wissen unten in den Kommentaren. Wird es Manipulationsversuche geben? Wird es sich über Wochen, Monat lang hinziehen, wenn die Wahl ausgezählt wird? Wird man versuchen, es irgendwie nochmal zu deichseln und dem einen oder dem anderen Kandidaten dann Steine in den Weg zu legen? Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube tatsächlich, die Chance auf den Bürgerkrieg in den USA ist momentan auf 20 Prozent gestiegen, egal wer gewinnt. Und nochmal, ich habe mich auf jeden Fall für ein besseres Geldsystem entschieden, weil meistens ist Politik nicht die Lösung, sondern das Problem. Aber in diesem Fall muss ich tatsächlich sagen, würde ich mich für Trump entscheiden, wenn ich US-Bürger wäre. Und es wäre unendlich wichtig für den Zyklus, für den Paradigmenwechsel, dass Trump die Wahl gewinnt. Davon bin ich fest überzeugt, weil wir sind in der Zeit, wir spüren es überall. Schaut euch an, die Ampel ist am zerbröseln, ein Krisengipfel nach der anderen. Deutschland ist im Niedergang, Inflation, Zinswende, crazy Geopolitik. Und deswegen brauchen wir wieder ein bisschen mehr Ruhe, mehr Stetigkeit. Und natürlich ist Trump der meistgehasste Präsidentschaftskandidat in den USA. Aber genau deswegen sollte er gewinnen, müssen neue Wege gehen. Schaut nach Argentinien, schaut auf Javier Milley, der wirklich den Staat hasst, aber jetzt umkrempelt und das Land gesunden lässt. Und selbst Freunde von mir, die in Argentinien skeptisch waren, sagen in der Zwischenzeit, wow, was der Mann wuppt, ist wirklich phänomenal. Deswegen müssen wir einfach mal outside der Box denken, weil wir sehen es doch, wohin uns die Normalen gebracht haben. Es ist Zeit für Crazy Guys. Und deswegen, ja, denke ich mal, sollte Trump gewinnen. Also, denkt daran, in diesem Sinne, wegen eines besseren Geldsystems, wegen Bitcoin, wegen dir, wegen der Masse, wegen dem Zyklenwechsel, wegen der Unterstützung für diesen Kanal, ist die Welt und wird die Welt daraus immer besser, als wir eigentlich denken. Herzlichst, euer Marc.